Hi, wir werden uns später im Themenblock Mischen intensiv damit auseinandersetzen, wie man eine Musik- oder allgemein eine Tonmischung erstellt. Wir werden vieles lernen, das sowohl auf Stereo- als auch auf Surround-Mischungen anwendbar ist. Der Hauptfokus wird jedoch auf der Stereo-Mischung liegen. In dieser Session werden wir uns vorab schon einmal ansehen, welche Besonderheiten es speziell bei der Anfertigung einer Surround-Mischung zu beachten gilt. Es wird in dieser Session einiges wiederholt werden, was wir bereits wissen, es wird aber auch viel Neues besprochen. Decoder Return hören Wie bereits erwähnt, sollte man bei Matrix-codierten Formaten unbedingt Decoder Return hören, denn die Mischung kann sich durch das Encodieren und Dekodieren stark verändern. Zu den Matrix-codierten Formaten gehören Dolby Stereo, Dolby Surround und Dolby ProLogic. Außerdem verwenden die Formate Dolby Digital EX und DTS ES eine Matrix-codierung für die Surround-Kanäle. Bei Formaten mit diskreten Kanälen ist es nicht unbedingt notwendig, Decoder Return zu hören, da es zu keinem Übersprechen zwischen den Kanälen kommt. Trotzdem ist es empfehlenswert, Decoder Return zu hören, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Teilweise kann es nämlich durch die Datenreduktion zu Verschiebungen im Surround-Bild kommen. Um Decoder Return zu hören, kann man den Encoder und den Decoder zum Beispiel über die Summen-Inserts einschleifen. Wahrnehmung von Phantomschallquellen Ein Punkt, dessen man sich bewusst sein sollte, wenn man in Surround mischt, ist, dass unsere Wahrnehmung grundsätzlich nach vorne orientiert ist. Schallquellen, die sich vor uns befinden, können wir sehr präzise lokalisieren, auf bis zu 2 Grad genau. Seitlich und hinter uns funktioniert dies viel schlechter. Was bei echten Schallquellen gilt, gilt erst recht für Phantomschallquellen. Die Ortung von Phantomschallquellen hinter uns ist nur sehr unscharf möglich. Seitlich funktioniert sie fast gar nicht. Mehrere Surround-Kanäle wie bei Dolby Digital Surround 7.1 machen also auch insofern Sinn, als dass man weniger mit Phantomschallquellen arbeiten muss, sondern mehrere echte Schallquellen hat. Dass wir hinten schlechter orten, ist aber meistens kein allzu großes Problem. Wie wir gleich anschließend sehen werden, verwendet man die Surround-Kanäle üblicherweise eher sparsam. Schauen wir uns nun an, was es zu beachten gilt, wenn man Filme fürs Kino abmischt. Im Kino wird nicht die Aufstellung nach ITU verwendet, sondern eine Anordnung der Lautsprecher auf einer Rechteckform. Darum sollte eine Kinomischung auf jeden Fall in einer geeigneten Kinoregie erfolgen. Wenn die Mischung in Dolby Digital erfolgt, so muss die Kinoregie von Dolby zertifiziert sein. In einer Dolby-zertifizierten Kinoregie kann man auch davon ausgehen, dass die Anlage korrekt eingemessen ist. Dies bedeutet, dass der LFE um 10 dB lauter gefahren wird als die anderen Lautsprecher. Die Surround-Lautsprecher werden üblicherweise um 3 dB abgesenkt. Der Abhörpegel sollte in der Kinoregie 85 dBc betragen. Dies ist die Lautstärke, in der auch die Kinobesitzer angehalten sind, ihre Anlagen zu betreiben. Die endgültige Codierung des AC3-Files muss von einem Dolby-Techniker vorgenommen werden. Um Kosten zu sparen und die Kinoregie nur möglichst kurz mieten zu müssen, ist es auch möglich, in einem anderen Studio eine Vormischung zu machen und in der Kinoregie nur noch Subgruppen zusammenzumischen. Kinomischungen können aufgrund der kontrollierten akustischen Abhörsituation und aufgrund der guten Beschallungsanlagen in Kinos sehr dynamisch sein. Es können also teilweise auch große Lautstärkenunterschiede vorkommen. So können Explosionen und ähnliches ihre Wirkung entfalten. Dolby sieht für Mischungen in Dolby Digital vor, dass die höchsten Signalspitzen maximal 31 dB oberhalb der Dialog-Lautstärke liegen dürfen. Allgemein kann man zu Kinomischungen sagen, dass der Dialog inzwischen fast ausschließlich auf den Center-Kanal gemischt wird. Die linken und rechten Lautsprecher werden heute meistens nur mehr verwendet, wenn die Schauspieler das Bild verlassen. Dann sind auch Phantomschallquellen zwischen den vorderen Lautsprechern möglich. Die Filmmusik mischt man üblicherweise hauptsächlich auf den linken und den rechten Kanal. Am Center-Kanal stört die Musik die Sprache. Wenn die Musik mehrkanalig produziert ist, wird sie auch auf die Surround-Kanäle gelegt. Auch Stereomusik kann leicht auf die Surround-Lautsprecher gelegt werden, um den Zuschauer etwas einzuhüllen. Es ist auch möglich, Fake-Surround-Techniken zu verwenden. Dazu hören wir später noch mehr. Wenn es sich um Source-Musik handelt, also um Musik, deren Ursprung der Zuschauer kennt, kann es auch nötig sein, die Musik auf den Center zu mischen. Eben je nachdem, woher die Musik kommen soll. Ist ein Kofferradio im Bild zu sehen, das die Musik wiedergeben soll, so wird man die Musik auf den Center mischen. Wenn man den Zuschauer an einen Ort versetzen will, an dem Hintergrundmusik läuft, wird man die Musik vielleicht über links, rechts und die Surround-Lautsprecher abspielen. Geräusche, deren Ursprung der Zuschauer kennt und deren Ursprung auf der Leinwand zu sehen ist, mischt man auch oft auf den Center, sodass man diese Geräusche auch von jedem Platz aus auf der Leinwand ortet. Man muss dies aber immer je nach Bild entscheiden. Wenn man auf der Leinwand ein Auto bildfüllend sieht, würde es unrealistisch klingen, wenn das Motorgeräusch mono aus der Mitte kommt. Hier würde man das Geräusch breiter machen, indem man es stereo über links und rechts abspielt. Geräusche, deren Ursprung man nicht im Bild sieht, wie Atmos- und Hintergrundgeräusche, kann man je nach Situation auf links, rechts und auf die Surround-Lautsprecher legen. Die Surround-Lautsprecher sollte man grundsätzlich nie bewusst orten können. Sie sollen den Raumeindruck übermitteln und Atmos wiedergeben, ohne den Zuschauer von der Handlung abzulenken. Um dies zu erreichen, kann man sich in der Mischung den Haas-Effekt zunutze machen. Man legt ein Signal sowohl auf die vorderen als auch auf die Surround-Lautsprecher und verzögert die Surround-Lautsprecher, sodass die Ortung nach vorne fällt. Man kann, um die Ortbarkeit zu verschlechtern, aber auch mit dem Equalizer in den Höhen und oberen Mitten absenken, mit Stereo-Basis-Verbreiterung arbeiten oder ganz einfach die Lautstärke reduzieren. Der LFE wird im Kino üblicherweise nur für Effektsounds wie Explosionen verwendet. Er wirkt am effektivsten, wenn er sparsam und gezielt eingesetzt wird. Die tiefen Frequenzen, die der LFE wiedergibt, haben den Vorteil, dass der Zuschauer sie nicht nur hören, sondern auch spüren kann. Man kann mithilfe des LFEs den Zuschauer Erschütterungen, Erdbeben, Explosionen und vieles mehr spüren lassen. Auch sind sehr tiefe Töne dazu geeignet, den Zuschauer Unbehagen verspüren zu lassen. Die Abhörbedingungen sind zu Hause andere als im Kino. Das Hauptproblem ist, dass die Dynamik und Lautstärke, die man im Kino hat, zu Hause meistens nicht tragbar bzw. umsetzbar ist. Außerdem folgt die Aufstellung bei Heimanlagen zumindest auf dem Papier der ITU-Norm. Und zu Hause werden meistens alle Lautsprecher gleich laut eingestellt. Die Surround-Boxen werden nicht um 3 dB abgesenkt und der LFE wird nicht um 10 dB lauter gemacht. Es wäre eigentlich sinnvoll, für zu Hause eine eigene Mischung zu erstellen. Meistens wird für DVDs und Blu-Rays aber nur die Dynamik der Kinomischung verringert. Wenn man Musik in Surround abmischt, zum Beispiel für eine DVD-Audio, so macht man dies üblicherweise in einem Tonstudio, in dem die Lautsprecheraufstellung der ITU-Norm folgt. Für Musikmischungen werden grundsätzlich lauter identische Lautsprecher verwendet. Man sollte bei der Produktion aber bedenken, dass die Mischung zu Hause meist über eine Anlage wiedergegeben wird, die für Filme gedacht ist. Bei solchen Heimanlagen sind die Surround-Lautsprecher meistens kleiner als die Front-Lautsprecher. Wenn man daran denkt, die Surround-Lautsprecher mit hohem Pegel zu betreiben, sollte man darauf Rücksicht nehmen. Es könnte sein, dass es zu viel für die Heimanlage wird. Da bei Heimanlagen der Kostenfaktor eine große Rolle spielt, verwenden solche Anlagen meistens kleinere Lautsprecher, die eine schlechte Bass-Wiedergabe haben. Aus diesem Grund schickt das Bassmanagement einer solchen Anlage grundsätzlich die tiefen Frequenzen aller Kanäle auch in den Subwoofer. Das bedeutet, in einer solchen Heimanlage ist der LFE kein diskreter Kanal mehr. Bei der Filmwiedergabe stört das im Endeffekt kaum. Wenn man aber bei einer Musikmischung, zum Beispiel Bassdrum und Bass, hauptsächlich über den LFE spielt, so klingt das gar nicht gut. Im Studio klingt zwar alles sehr sauber, weil der Subwoofer wirklich nur diese beiden Instrumente wiedergibt. Über die Heimanlage kommen aber noch alle möglichen anderen Bassfrequenzen hinzu, was den Bass sehr unsauber klingen lässt. Aus diesem Grund sollte man auch in Musikmischungen den LFE nur für Spezialeffekte verwenden oder ganz auf ihn verzichten. Auch über die Sinnhaftigkeit des Center-Kanals bei einer Musikmischung wird manchmal diskutiert. Einige sind der Meinung, dass dieser in der Musik nicht gebraucht wird, da man keinen Dialog und auch kein Bild hat. Andererseits muss man bedenken, dass es leichter fällt, auf mehreren Lautsprechern zu mischen. Je mehr Instrumente über einen Lautsprecher wiedergegeben werden, desto mehr verdecken sie sich gegenseitig, beziehungsweise umso schwieriger wird es, ausgewogene Klangverhältnisse und Transparenz zu erreichen. Der zusätzliche Center-Kanal erleichtert dies. Man kann die Instrumente auf mehr Lautsprecher verteilen. Der Center-Speaker klingt in der Praxis sauberer als eine Phantomschallquelle in der Mitte. Grundsätzlich richtet man auch bei einer Musikmischung das Hauptaugenmerk auf die Frontkanäle. Meistens will man die Musik von vorne kommend hören, so wie dies auch bei einem Konzert der Fall ist. Es wäre zwar möglich, einen Song aus der Perspektive des Schlagzeugers im Probenraum zu mischen. Derzeit ist dies aber meistens nicht erwünscht. Das heißt, die Surround-Kanäle werden benutzt, um einen Raumeindruck zu erzeugen. Es werden also Hall und Reflexionen über diese Kanäle wiedergegeben. Bei Konzertaufzeichnungen wird das Applaudieren und Jubeln des Publikums über die Surround-Speaker wiedergegeben, um dem Zuhörer das Gefühl zu geben, mittendrin live dabei zu sein. Es sollte aber nicht so sein, dass man nur das Publikum über die Surround-Speaker hört, denn dann zerreißt das Surround-Bild. Man bekommt das Gefühl, vorne läuft etwas ab, das ganz unabhängig von dem hinten ist. Es sollten also auch bei einem Live-Mitschnitt Reflexionen und Anteile der Musik über die Surround-Lautsprecher wiedergegeben werden. Der umgekehrte Weg, das Publikum auch auf die vorderen Lautsprecher zu mischen, wäre ungünstig, da dies die Transparenz der Musik verschlechtern würde. Okay, aber was mischt man nun in die Surround-Speaker, wenn man kein Publikum hat? Nur Reflexionen und Hall sind zwar ganz nett, hauen den Konsumenten aber nicht vom Hocker. Nun, hier kann sich jeder kreativ ausleben und experimentieren. Im Bereich der Musik gibt es wesentlich weniger Erfahrungswerte als im Bereich Filmton. Im Klassik-Bereich werden die Surround-Speaker üblicherweise tatsächlich nur zur Übertragung des Raumklanges genutzt. Bei der Popularmusik kann man aber schon etwas experimenteller sein. Man kann Gitarren mehrfach einspielen und in die Surround-Lautsprecher legen, sodass sie extra fett daherkommen. Oder man legt Keyboardflächen in die Surround-Speaker, um den Hörer kuschelig zu umhüllen. Als Grundregel gilt aber, man sollte es nicht übertreiben und das Ganze so gestalten, dass das meiste von vorne kommt. Perkussive Instrumente werden leichter geortet als flächige Sounds. Darum hat man schon einmal viel für die Vorneortung getan, wenn die Drums und Percussions von vorne kommen und nur einige flächige Sounds aus den Surround-Speakern. Bei elektronischen Genres ist es wahrscheinlich am ehesten denkbar, dass Sounds von hinten kommen und durch die Luft fliegen. Es gilt aber auch hier zu beachten, dass man es nicht übertreibt. Denn zu viel Bewegung verwirrt den Zuhörer und lenkt von der eigentlichen Musik ab. Okay, das waren nun also ein paar grundlegende Tipps zum Mischen in Surround. Wer in Surround mischen will, sollte experimentierfreudig sein und auch viele Surround-Produktionen von anderen anhören. Soll man den LFE-Kanal filtern? An sich sollte jeder Subwoofer mit einem Tiefpassfilter ausgestattet sein, das im Falle von Dolby Digital alles über etwa 120 Hz wegfiltert. Sicherheitshalber filtert man aber den LFE-Kanal lieber selbst vor. Üblicherweise mit einem 120 Hz Tiefpass beim Ausspielen aus der Audio-Software. Man kann das Filter aber zum Beispiel auch noch beim Codieren eines AC3-Files anwenden. Fake Surround Zuletzt wollen wir uns noch mit sogenanntem Fake Surround beschäftigen. Als Fake Surround bezeichnet man eine Mischung, die nicht wirklich in Surround abgemischt wurde, sondern bei der nur Effekte benutzt worden sind, um eine fertige Stereo-Mischung auf mehrere Kanäle zu verteilen. Eine solche Mischung klingt natürlich viel schlechter als eine echte Surround-Mischung. Aus Kostengründen wird sie aber trotzdem gemacht. Um eine fertige Stereo-Summe auf Surround aufzublasen, bildet man zum Beispiel ein Summensignal für den Center und ein Differenzsignal für die Surround-Speaker. Das Signal für den Surround-Kanal kann man dann noch mit verschiedenen Effekten bearbeiten. Teilweise wird auch einfach nur ein Surround-Hall auf die Stereo-Summe gelegt. Oder es werden Signalanteile aus dem linken und rechten Kanal gefiltert und mit einer Stereo-Basisverbreiterung bearbeitet und auf die Surround-Kanäle gelegt. Auch hier kann mit Hall gearbeitet werden. Eine interessante Methode ist auch, mit einem Transient-Designer zu arbeiten. So kann man zum Beispiel die Signale links und rechts duplizieren, die Transienten stark absenken und die so bearbeiteten Signale dann eventuell mit Hall als Surround-Signale verwenden. Die Ortung fällt dann auf die vorderen Kanäle, welche wesentlich perkursiver sind, der Sound umgibt den Hörer aber trotzdem. Es gibt auch einige Plug-Ins, um Fake Surround zu erzeugen, zum Beispiel Unwrap von TC Electronic oder Upmix von Cycling 74. Da Fake Surround-Mischungen dem Zuhörer ein falsches Bild von Surround geben und weniger beeindruckend sind, sollte man sie nach Möglichkeit vermeiden. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Wir mischen Decoder-Return. Die Ortung von Phantomschallquellen ist hinten schwierig und seitlich fast gar nicht möglich. Grundsätzlich versucht man, sowohl bei Film- als auch bei Musikmischungen, die Hauptwahrnehmungsrichtung vorne zu behalten. Bei einer Filmmischung ist der Center-Kanal hauptsächlich für den Dialog gedacht. Es werden aber auch sichtbare Geräusche und Source-Musik über den Center gemischt. Auf links und rechts sowie in den Surround-Kanälen hat man meistens die Filmmusik sowie ausgedehnte Hintergrundgeräusche und Atmos. Der LFE wird für tieffrequente Spezialeffekte verwendet. Ist die Mischung nicht für das Kino, sondern für zu Hause gedacht, so sollte in erster Linie weniger dynamisch gemischt werden. Außerdem sollte bedacht werden, dass die Lautsprecheranordnung zu Hause anders ist und dass die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher anders eingestellt ist. Bei einer Musikmischung gibt man neben Reflexionen und gegebenenfalls Live-Publikum gerne flächige Sounds in die Surround-Lautsprecher. Den LFE sollte man bei Musikmischungen nur für kurzzeitige Spezialeffekte verwenden, da Heimanlagen meistens auch den Frequenzumfang der anderen Lautsprecher über den Subwoofer vergrößern. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.